Der italienische Modedesigner Nino Cerruti ist tot. Wie mehrere Medien berichten, starb er im Alter von 91 Jahren in der Region Piemont. Cerruti galt als Pionier der Konfektionsmode für Männer im 20. Jahrhundert. 1957 gründete er sein erstes Herrenbekleidungsunternehmen und stellte später Giorgio Armani als Designer an. Cerruti kleidete auch Hollywoodstars ein und war offizieller Designer des Formel-1-Teams von Ferrari.